Die Firma Pongauer Holzbau in Altenmarkt im Pongau ist seit 1985 Spezialist im Holzblockbau. Unsere Arbeit zeichnet sich durch handwerkliche Perfektion, höchste Qualität und Wertbeständigkeit aus. Wir verwenden heimische, sorgsam ausgesuchte Hölzer, mit denen traditionelle sowie moderne Häuser auf höchstem baubiologischen Niveau entstehen. Bevor das Holz endgültig verbaut werden kann, muss es, wie der Fachmann sagt, abgebunden werden. Die Hölzer werden vorbereitet, das heißt maßgerecht angerissen, millimetergenau zugeschnitten, zusammengepasst, gekennzeichnet und vor Ort von unseren Monteuren zusammengebaut. Der Abbund verlangt Genauigkeit und Präzision, um Verzögerungen und Baummängel zu vermeiden. Für diese wichtige Arbeit suchen wir Mitarbeiter in unserem Abbindewerkenwag rein und Montöre auf den Baustellen. Der Job erfordert Teamfähigkeit, technisches Verständnis, körperliche Belastbarkeit, räumliches Vorstellungsvermögen, die Bereitschaft draußen im Freien zu arbeiten und selbstverständlich Leidenschaft für Holz. Bewerb dich unter der eingeblendeten Mailadresse. Wir freuen uns drauf, dich kennenzulernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017